Hallo verehrte Sammler und Sammlerinnen, mein Name ist Alex Akastakt und ich grüße euch herzlich zu diesem neuen Ankündigungsvideo. Denn ja, heute möchte ich euch mein 1000 Abospecial ankündigen, damit sich Leute nicht wundern, warum vielleicht so viele Videos kommen. Denn ja, für dieses Abospecial habe ich mir was ganz Besonderes überlegt. Es sind halt 1000 Abonnenten, was, klar, 1000 Abonnenten ist ja nicht viel, aber trotzdem sind das so gesehen 1000 Leute, die einen abonniert haben. Und gerade deswegen wollte ich einfach was Besonderes machen und halt mehr als nur so ein typisches Abospecial, ja wir machen jetzt so ein tolles Q&A oder keine Ahnung, ein Gewinnspiel. Zum Beispiel wird es bei mir wahrscheinlich niemals Gewinnspiele geben, denn Gewinnspiele sind für mich einfach keine gute Methode, um was zurückzugeben. Denn man muss einfach mal sagen, bei Gewinnspielen, oh ja, Dank für an euch 1000 Leute, dass ihr mich abonniert habt und als Dank wähle ich einen von euch aus und der kriegt was von mir geschenkt. Sorry, aber das mag ich nicht. Vor allem kann man nicht mal garantieren, dass jemand das gewinnt, dass es nicht mal jemand gewinnt, der wirklich einen schon lange abonniert hat oder so oder einen gerne verfolgt, oder es kann halt wirklich sein, dass einfach irgendwer gewinnt, der gesehen hat, oh da ist ein Gewinnspiel, da mach ich jetzt mit, ja ist mir doch egal, was der Haini da labert. Dementsprechend wollte ich halt wirklich kein Gewinnspiel mehr so machen, sondern stattdessen kommt eine 1000 Abo Themenwoche. Ich hatte ja schon vor paar Monaten mal eine Boys Love Themenwoche und genau das will ich jetzt wiederholen. So wird ab nächster Woche, also ab Montag, jeden Tag um 15 Uhr ein Video hochgeladen werden, über verschiedenste Themen tatsächlich, aber alle beziehen sich so ein bisschen auf meinen Kanal, bis auf, ja, ein Video lässt sich drüber streiten, aber das seht ihr dann. Und ja, das ist so ein bisschen, in dieses Abo Special fließt auch sehr viel Arbeit. Also einige dieser Videos werden wahrscheinlich sehr, sehr lang sein. Trotzdem hoffe ich sehr, dass ihr das 1000 Abo Special mögt. Und vor allem, dass es für euch vielleicht ein cooler Start ins neue Jahr ist, beziehungsweise ein guter Weg, um dieses vermeintlich ätzende Jahr hinter einzulassen. Und ja, das war es auch schon wirklich. Ich möchte an dieser Stelle aber nochmals herzlichsten Dank sagen für 1000 Abonnenten. Es ist der Wahnsinn, vor allem halt im Manga-Typ-Bereich muss man einfach sagen, Manga-Typ, damit wirst du jetzt nie 50.000, 60.000, 800.000 Aufrufe oder so generieren. Das ist klar. Trotzdem freut es mich, dass A, meine Aufrufzahlen zum Beispiel in letzter Zeit deutlich gestiegen sind, ich einen sehr schönen Zuwachs inzwischen habe und auch deutlich mehr Kommentare inzwischen bekommen. Weil das war für mich früher, ist dann immer so ein bisschen, ja, schade, wenn man ein Video hochgeladen hat, wo man durchaus viel Arbeit reingesteckt hat. Ist auch halbwegs solide geklickt wurde, aber zum Beispiel keinerlei Kommentare. Und das ist inzwischen anders. Und das freut mich wirklich. Also nochmals herzlichsten Dank. Ich hoffe, euch wird dieses Abo Special gefallen. Und dann bis zum nächsten Video.